Herzlich Willkommen bei Amigo Gaming, ich bin Manchester und hier kommt der dritte Part. Ich bin zuerst das dritte Gameplay zum Saw, The Game. Ich werde jetzt nicht allzu lang spielen, denn ich bekomme gleich Besuch und habe dadurch auch nicht sehr viel Zeit. Deswegen versuche ich einfach so weit wie möglich zu kommen. Der Besuch hat sich für 20 Uhr angekündigt, wir haben jetzt 7 Minuten vor. Also kann ich jetzt 7 Minuten das Spiel zeigen. Um hier rein zu kommen, wir sind hier hingegangen und haben diesen Typ hier aufgeschnitten und haben dann den Schlüssel bekommen und dann ist hier das Video erschienen. Es hat ziemlich lange gedauert, den neuen, bis ich hier weiter gemacht habe. Ich musste mir selber nochmal das Video angucken, um nochmal zu erfahren, was überhaupt passiert ist. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Irgendwann ist hier dieses Messer, das Kapell. Hoffentlich bin ich hier richtig. Ich weiß es gerade nicht. Ah ja, okay. Ich weiß schon. Komm schon. Sonst war hier mal einer. Äh, war ich hier? Das sieht mich fast aus, als ob ich hier in den Schuhen war. Oder? Scheiße. Ich weiß nicht, wohin. Ich glaube aber eher, dass ich hier schon mal war. Verdammt. Hier war ich schon. Was passiert, wenn man... Ich bin nicht... Ja, ja, ja. Ja, scheiße. Hier war ich mal. Verdammt. Entschuldigung. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, da ist dieser... Scheiße, ich hätte nur nicht anderen zu gehen müssen. Ja, da ist dieser... Ich bin nicht verwirrt. Okay, ich glaube, das wird ein... Gameplay-Fail, weil ich nicht weiß, wohin. Von da sind wir gekommen. Also müssen wir hier lang. Die Tür ist doch zu. Das ist gerade ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Und es tut mir so leid, dass ich echt nicht weiß, wohin. Wir haben aber von hier aus... Oh, von hier sind wir da auch gekommen. Ähm. Ich renne im Kreis. Ich renne im Kreis. Hm. So, bevor ich noch rumliere... Könnte ich ein Video schluss machen. Dann wäre es ein 4-Minuten-Video und ich habe ein Schicksal zu fahren. Oder ich mache jetzt Pause. Und versuche es... rauszufinden. Und fange dann wieder an. Aber in der Hinsicht, dass ich euch E-Bersuch bekomme. Ähm. Ich würde sagen, dass wir hier einfach das mal als Fail ansehen, ja. Weil wir können ruhig sagen, ihr könnt ruhig in den Kommentaren posten, dass ich orientierungslos bin. Ähm. Ja. Und... Das hier war ja das ja... Wir sehen das jetzt nicht als drittes Gameplay an. Ich werde es nochmal versuchen. Nur mal ein neues machen. Neues machen. Und... Und... Ihr könnt euch ja jetzt schon mal entscheiden, ob ich weitermachen soll. Natürlich dann mit einem vernünftigen Orientierungs-Sinn. Oder ob ich hier aufhören soll. Aber da ich schon mehr als eine Antwort bekommen habe, dass ich weitermachen soll. Ähm. Warte ich wohl weitermachen. Weitere 3. Also bis 6. Und dann konnte ich schon entscheiden, also ich würde maximal bis 9 machen. Maximal. Ähm. Ja. Wie gesagt, also... Es tut mir leid. Ich werde versuchen, die Tage oder den Abend rauszufinden, wo ich lang muss. Weil so viel Wege gibt es hier ja nicht. Wer von hier aus zum Vergekommen. Scheiße, jetzt habe ich mir was verfallen lassen. Das wollte ich nicht. Ja. Ähm. Tut mir leid. Ich kann es nur wiederholen. Ähm. Hoffentlich weckt sich diese Fälle nicht auf eure Zufriedenheit aus mit uns. Ähm. Wie gesagt, ich habe echt gar keine Ahnung. Ja. Dann bis die Tage oder bis in den nächsten Videos. Man sieht sich. Ciao, ciao. Und dann bis die Tage oder bis in den nächsten Videos.